Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jawohl, wir sind nach wie vor frisch fröhlich dran und drauf zu leveln. Wir brauchen viele Level-Ups. Queer hat uns den Arsch versohlt von Hades Red, ich gar nicht mehr. Der ist sowieso nur auf Mord und Totschlag aus bei uns. Aber naja, ich bin ja auch, ja, ich bin ja auch Größenwahnstücker. Geh einfach daher mit so einem glücklichen Level, aber das Geheber jetzt Schritt für Schritt. So, wir greifen an. Oh, Megaflare mit Animation. So, da kommt er. Da gehöre ich wieder dran. Ja, ja, schrei du nur. So, wir schauen, wie viel Damage das jetzt schon macht. Oh, so ein bisschen stärker. Ist ein bisschen nicht stärker. Ich jetzt so stark wie bei Aiko, aber ein bisschen stärker. Ja, du kannst schon versuchen, mich zu vergiften, du Kerl. Das wird dir nichts bringen. Wir nehmen mal den Leviathan. Nehmen wir Leviathan. Jetzt kommt Aiko. Paira, hau mich. Jawohl. Okay, ja, das lief gut. Das lief gut. Bravo, Maragon. Gut gemacht. Und geht's mit Level-Up aus? Vielleicht für Maragon? Nein, aber für Aiko. Level-Up für Aiko. Das hat sich die Dane gleich eingeholt, ne? Auch nicht schlecht. Die gute Aiko. So. Na komm, Gegner. Da ist sie schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, schon wieder Hinterhalt. Also heute ist echt nett. Also, das ist gemein. Schon dreimal Hinterhalt. Pfu. Angriff, 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 angriff. Ja, ja, schreien. Ist auch schon cool. Irgendwie das Viech gefällt mir auch sehr gut. Ist auch sehr schön gut. Nichts. Latsch. Oh, okay, viel tiefer. Als, äh, gute Farben. Und ihr merkt, gegen diesen Viech ist Wasser besser. Oh, jetzt kommt Martin auch. Das lässt es sich nicht bieten. Dass die anderen einen Auftritt haben und er nicht. So geht das nicht. Aber die beste gefällt mir auch sehr gut. Kommt jetzt rein hier auf. Ich denke, es wird der Gegner eh schon kaputt sein. Hoffe ich halt. Jawoll. Oder? Der steht immer noch? Respekt. Tchuh, der steht immer noch. Aber jetzt auch. Sehr gut gemacht, Herr Zidane. Sehr gut. Zweimal. Einmal für Lili, einmal für Margot. Sehr gut. Ja, jetzt sind sie schon dort, wo der Stein und der Vivi sind. Zumindest fast. Ja, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Und dann, 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 dann. Und dann in die andere Richtung laufen. So, dass er keinen Drehwurm kriegt. So. Jawoll. Dann haben wir schon das nächste Opfer. Du hast meinen Bruder auf der Gäste. Das will ich dir nicht verzeihen. Das war gerade der Gegner. Angerickskraft gestiegen. Super. Das haben wir gebraucht. Wir beginnen bei mir mit dem Teilen. Und von Eiko. Wusch. Zack. Oh, die kleine, süße Eiko. Ich bin nicht klein. Entschuldige bitte. Vagon halten wir gut. Jawohl. Das ist eine gute Idee. Jawohl. Das ist gut. Dann sind die Burschen wieder dran. Und dann passt das. Es gibt dann auch noch einen Erfolg, dass man eine reine Männergruppe ist. Das habe ich noch gar nicht gemacht, wie es ausschaut. Da war immer eine weibliche Begleiterin bisher dabei. Das können wir auch noch machen. Einfach nur so. Ui. Scharfsinn hat sie da nicht mehr. Ja, super. Und, okay. Fast leben ab. Scharfsinn. Super. Äh. Aber ich glaube, kann man ihm jetzt was Neues anziehen? Ich glaube nicht. Ich werde es mit dem Egoistenreifen probieren. Vielleicht kann Bahagon auch noch diesen... Ich schaue mir mal kurz in diesen Schuhen am Reifen hinten ab. Ist für Zitane. Dann darf er ihn auch gleich behalten. Weil ich so nett bin. So. Ansonsten. Springerstiefel. Er hat sonst nichts, oder? Na. Gut, da kann man nichts machen. Bin mir da immer so bei uns sicher, ob ich euch wirklich alles beibringe, was ich so habe. Ui. 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 Hui. Hui. Tsk. So. Tada. Wir rufen. Mal gehen. Oder? Ja. Das kann man machen. Auf jeden Fall Chakao. Okay. Die hat schon mit Gemana zu kämpfen. Langsam halt, da ist ja nicht so schlimm, aber na gut, wenn man am Gegenteil geht. Aha, Adi-Controller mit Animation, sehr schön. Ah, die Kamerader, der weiß ganz genau, was er aufsteht. Die kleine Bogen. Wahrscheinlich hört er einfach nur gern, dass er toll aussieht. So wird's auch so gut sein. Ja, das ist der Ego von dem rückischen Wadden. Wadden. Hollahauch, jetzt wird's frostig. Aber nicht mit uns. So, was kann man noch nehmen? Den, den wir im Exakt schon fast wieder, der ist so schütziger. Ach, was rede ich da? Schau mal. Das ist echt nicht schlecht. Martin kostet Nummer 27. Das ist echt nicht wild. Das ist echt nicht immer wild. Ui, verdonnere. Ramu will jetzt auch einen Auftritt haben. Okay. Ah, die Bestie, ne? Die sind alle Kamerageil. So. So, ja. So, da. Margot sich auch noch mal hat. Oh, der, da kann man nicht so klasse, aber ja. Hauptsache, Ramu hat sein Auftritt bekommen. Den mag er doch so gern. Ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Sehr gut. So, hu-hu-hu-hu, vier Zitane, das weiß ich schon. Und die anderen noch nicht so ganz. Okay, die nächsten dann. So, ja. Sollte ich einmal zelten, einmal würde ich anbieten, ne? Schnarch und Schnarch. Sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Jawohl, da kommt schon der nächste. Ich weiß, es ist nicht spannend. Es ist schon das dritte Mal in diesem LP, dass ich euch zwinge, das Level mit anzuschauen und euch mit mir mit anzuschauen. Aber wie gesagt, es gehört zum Spiel dazu. Ja. Ja, da würde ich sagen, wir hatten da am besten, ich glaub da war am besten der Herr Leviathan. Das wär auch echt cool, wenn die, äh, Lili das könnte. Dass sie ihre Bestie weniger kosten. Aber da hat sie ihre Bestie jetzt ein bisschen stärker, ne? Ja. Kann man jetzt sehen, wie man möchtet. Aber zur Aiko kommt sie einfach nicht hin. Ja. Jetzt kommt sie, die Lili. Mit ihrem Leviathan. Wieder mit auftritt. Das gibt's ja nicht. Was ist heute los? Haha. Ah, Kameraguyde. Das war's nach wie vor. Eindeutig definitiv Kameraguyde. Na schön. Und da fährt's noch umgehaften. Sehr gut. Bravo, Lili. Ja, ich kann das, meine Herrschaften. Sehr fein. Und Wub, Wub, Wub. Zweimal. Wieder für Lili und für Bahabong. Super, und Ico ist in der nächsten Runde dran. Oh, Item ist voll. Ups. Jo, äh. Gut. Wir müssen mehr sterben, meine Lieben. Ja? Ihr Lieben, wir müssen mehr sterben. Was mir die Phönix-Federn anbringen. So. Der nächste Gegner. Ja, ja, ja. Reg dich nur auf. So, dann kommt wieder Martin. Immer dasselbe, ne? War, ist vielleicht eventuell bei denen fühlt sich auch Wasser besser. Ich will es einfach mal. Schutz, sehr wohl. Und wieder Terra Homie. Mit Animation? Tatsächlich, da stimmt ja was nicht. Ist das normal? Habe ich da irgendwas ausgesinnt? Normalerweise war diese Sachen, also diese Animation immer zufällig. Und ja, ja, ist halt so, ne? Sie sind einfach Kamerageil. So schaut's aus. Dafür macht er oft den maximalen Schaden. Also die volle Show, ne? Voll nachhau. Das bringt sich nichts, du dummes Fiechen. Ja, wird das nie werden. Und da legt er sich wieder. Das konnte ich gar nicht Tsunami ausprobieren. So und gemein halt. Ich... Wies. Und Wububub für Aiko. Jawohl. Sehr gut. Ja, ja, das ist lustig. Ich weiß, es ist voll. Ich kann nichts machen momentan. Es ist halt einfach so. Es sind hier gerade auch keine Helden, die uns die Phönixfädern abkaufen wollten. Also müssen sie derweilig nicht da bleiben. Weil wir sind ja die Helden. So. Und wieder dieselbe Kerl. Das heißt, Vivi, bitteschön, Leviathan. Angriff. Jawohl. Auch Angriff. Und liebe Aiko, du weißt ja, was du zu tun hast. Richtig. Das ist echt was nicht normal. Da halten ist bestimmt das mit den Anfeuern, dass jetzt immer der Gastauftritt quasi kommt. Oder die Animation, sagen wir so. Gastauftritt ist für ein Dürf. Ein dummes Wort. Die Animation. Das ist echt was. Woll und Aiko Komm, geht's hinaus Jawohl, geht's ja aus Sehr gut Ja, unterlegt er sich wieder Sehr schön Sauber Kein Level Up Diesmal glaube ich, das geht sich nicht mehr aus Jawohl, aber beim nächsten Mal wieder Ich weiß, es ist voll, stell dir vor So Wird ja gut voran, ne? Na, du Kerl So, Angriff Ist die beste Verteidigung in diesem Fall Auch mit Madding Und mit wieder Leviathan Und, oha Aiko hat auf die Kursche bekommen Oje, oje Dafür machen wir jetzt Platz Nicht wahr? Und, wieder Animation? Na, diesmal nicht, schau Jetzt hat er keinen Bock mehr Weil ich ihn nicht gelobt hab Aha Ah ja So, wenn sie noch ausgeht Jetzt ist er eingeschnappt Und da ist wieder Animation Jawohl Ah, lustig Warte, wenn's noch geht, aber ich glaube nicht Ja, das hat er nicht gepackt Heilig Ja, wohl, da hat er es nicht gepackt Subi. Sehr fein. So. Zweimal Pro-Rubbock für Margon und für Lily. Ach, schau. Nur einmal geht sie gerade hinaus. Ach, schade. So, schade, schade. Gut. Gut, dann wäre es wieder Zeit. Puh. Eigentlich könnte man wieder zelten gehen, ne? Zweimal diesmal. So. Witzig ist vielleicht besser. Ja, ja. Ja, schöne Schläfchen. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Dann müsste das Mana wieder hergestellt sein. Voll und ganz. So, perfekt. Dann können wir schon weiter. Die Gegner verhauen. Aber man merkt, die werden jetzt immer stärker, ne? Wo wir früher fünf oder gar sechs Angriffe brauchten, sind wir jetzt mit vier. Und eben. Klappt schon ganz gut. Und noch die gute Eichhau. Was, jetzt können wir eigentlich nur noch zuschauen. Doxin-Art. Und wieder mit Animation und Wahnsinn. Wer lebt jetzt auch. Ja, ja, ja. Weil er niemals am Fahrrad abgelöst wurde. Jetzt will er zeigen, was er kann. Sehr klar. Er will sich in seiner ganzen Tracht demonstrieren. Jawohl. Verlässt ihn nicht. Ich kann nicht mehr sagen. Und da lässt sich Martin in nichts nachstehen. Und da will er auch seinen Auftritt haben. Und glänzende Strahlen in seiner ganzen Macht. Ah ja. Und da hat's nun gehauen. Sehr gut. So, wir wollen jetzt aber level up für Lily. Das ist schon so ein guter Schiet, die beiden, ne? Ach, schau mal, die haben jetzt echt Gas gegeben. Super. Na schön. Wird ja. Oh, Entschuldigung. Falscher Knopf. So. Es wird. Mal andere Seite laufen. So. Könnte ich mal nur hin und her laufen. Können wir auch machen. Ah, du schon wieder. Es gibt leider nur zwei Sorten Gegner momentan. Ist leider so. Und schon wieder. Ich find's grad voll lustig. Ah, schön. So viele Auftritte. Ich schwöre, ich hatte das. Das ist die Bestie. Das ist die Bestie, der so gerne einen Auftritt haben. Das war es bestimmt nur für euch. Das ist die Bestie, der so gerne einen Auftritt haben. Ja, da auch, ne? Ist klar. Ist klar, die beiden betteln sich mit ihren Auftritten. So. Die schöne kalte Dusche. Sehr erfrischend. Und tschüss. Das war's mit dir. Du bist fisch. Sehr gut. So. Fein gemacht. Ich glaub, Zitane kriegt Level Up. Jawohl. Wuh, wuh, wuh. Level Up für Zitane. Super. Fein. Natürlich ist Inventar voll. Das wissen wir sogar. Stell dir vor. Und da mein Nächsten. Und da mein Nächsten. Ja, das ist irgendwie grad nicht anders. Ja, es ist grad echt richtig angenehm, dass Aiko somit die Hälfte an MP braucht für ihren Martin. Mati. 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 So. Naja, du und dein Polarhauch. Das kriegt sich nix. Der wird das nie lernen. Und wieder mit Animation. Nein, die ist wohl nicht. Die ist wohl nicht. Aber mit Sicherheit der Baby Ertang. Ja, natürlich. Ist ja nicht zu fassen. Das heißt, es wird noch hier den Dackel auszuwählen, aber normal. Jawoll, da hat's nicht gehauen. Sehr gut gemacht, Leute. So, ich glaub, die Aiko kommt mit fixem Level ab. Vielleicht Maragon auch noch. Also wuhu, wuhu. Einmal Level ab für Aiko, einmal für Maragon. So schaut's aus. Und er hat Suplexen gelernt. Ich weiß, das Inventar ist voll. Vielleicht, ähm, Suplex war jetzt der Brot dabei. Ah ja, beim Armreif, genau. Da kann jetzt aber nix mehr Neues lernen, ne? Nein, dann lassen wir ihm doch den, das Teil. Kann er überhaupt noch was lernen? Ne, wir sind mit ihm komplett fertig. Oh, ist auch nicht schlecht, ne? Ist ja nicht schlecht. So, das nächste Monster bitte. Vielen Dank. Mittlerweile ist er mir richtig stark schon geworden. Die Gegner hauen uns nicht mehr so leicht weg, wie früher. Das ist ja schon sehr gut. Und, oh, oh, Entschuldigung. Ich hab jetzt, äh, die liebe Aiko mit, äh, Maragon verwechselt. Entschuldigung, das war keine böse Absicht. So. Da reicht uns halt leider der Schaden, nicht? Ja, mit Animation. Ist so klar hier. Muss ich kurz warten, oder? Ah, scheiße. Und da ist er wieder, der hübsche Wege da. Der liebt seine Aufmerksamkeit, ne? So. Spalt. Ah, na, jetzt ist der Aiko verleckt. Echt, Mann. Ich hab befürchtet, dass es kommt. Ja, das ist er nämlich hin. Jawohl. Schade. Aber die Aiko ist eh schon stark. Sie kann das verkraften. Wow, Lilly, die drei lehrt. Und Wububub, Level Up hat sie auch erreicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, es ist voll. Ach, ja, je. So. Lillylein, bitte benutze dein Engelchen. Oh, warte. Wir nehmen, weißt du was? So, wir nehmen die Phoenix wieder. Richtig. Wir werden aber, ja, lassen wir die Aiko heilen. Die ist nämlich sparsamer. So. Noch jemand Heilung? So. Der Kleine vielleicht noch. Für dich. Für dich. Und für dich. Ja, das kann man so lassen. Ja. So, ich glaube, ein Kampf geht sich noch aus für den heutigen Part. Dann ist Schluss. Dann haben sie es auch schon überstanden. Jawohl. Okay. 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 Wir rufen. Oh, Lilly ist sauer. Jetzt hast du Lilly bütig gemacht. Es läuft schon grün an, mein Lieber. Jetzt kriegst du aufs Gosher. Mit Animation natürlich. Das ist voll krass. Oh, shiit. Oh, ich hab's gewonnen. Was kommt ihr zuerst? Ja, ja. Ja, keine Chance. So. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt noch Eiko zum Schluss. Und dann ist es schon wieder fertig. Ui, diesmal auch ohne Animation. Okay, jetzt hat er den schnelleren Weg gewählt. Der Martin. Sehr gut. Jawohl, Lilly hat Anfreunde gelernt. Sehr, sehr gut. Kein Level Up, glaube ich. Passt. Auch nicht schlecht. Und wir machen unser Speicherungsritual. Jawohl. Jo. Sind wir gar nicht mal so wenig weit gekommen, ne? Insgesamt gesehen. Aufs große Ganze gesehen. So, dann kann man da drauf speichern. Jo. Feine Geschichte. So. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen dieser Level Phase wieder. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.